Also ich würde mich wahnsinnig gerne für den kantonschen Fussen, aber auch für das Schweizer Volk einsetzen. In erster Linie für die Wirtschaft, eigentlich für die Unternehmen, aber für die KMUs, dass unser Wirtschaftsstandort erhalten bleiben kann und auch die Rahmenbedingungen stimmen, so dass das erhalten bleiben kann. Dabei aber die Wohlfahrt in der Schweiz nicht vergessen. So dass ich schlussendlich meinen Kindern jederzeit in die Augen schaue.